Leute, hier! Hör auf! Erstmal brauchen wir ein paar Blutorsche. Oh, süß! Ich weiß. Wir können die, um die Tür zu öffnen und unseren Weg zu der Belltower. Nach dem müssen wir die Tür öffnen. Wir brauchen ein paar Gears, um sie wieder zu gehen. Und dann sind wir raus? Wir brauchen noch zu der Topf der Tür. Aber ja, wir sind raus. Was ist das? Vielleicht kann ich etwas damit machen. Fünf Leute? Hier habe ich einen vergessen. Ich glaube nicht. Ja. Wer die letzte Folge gesehen hat, die kam ja bei mir nicht als Killer. Weil, naja. Es war halt witzlos. Aber das hatten sie ja auch angesprochen. Haben sie wahrscheinlich auch in der Folge angesagt. Ich will mal mit dem anfangen. Ja. Es ist jetzt so, dass der Taser insgesamt zwei Aufladungen vom Taser dürfen genutzt werden. Ach, der Erste generell startet nicht in den Schatten. Kann ich mich... Das heißt, ich kann mich auch nicht teleportieren? Ah, okay. Das geht aber. Darf ich mich hier irgendwo mal sichtbar machen, bitte? Danke. Ach, jetzt haben sie die Tür zu gemacht. Falscht hatten. Hey, nicht! Okay, was? Ich habe noch keine Ahnung, ob das Schaden macht, muss ich gestehen. Okay, ich kann scheinbar mit ihm zuschlagen. Interessant. Jetzt haben sie mich aber gleich. Okay, jetzt haben wir ihn. Okay, also ihn verstehe ich noch so gar nicht. Er hat zwar seine Chain. Damit kann man so ein bisschen nerven. Aber die Kette selbst bringt ja eigentlich nicht viel. Also ich weiß nicht, ob die Schaden macht. Also ich wurde als Überlebender noch nicht damit gegrabt. Ähm... Das heißt, ja, ich habe halt echt keine Ahnung, ob man damit was tun kann. Ähm... Jo... Ähm... Jetzt nehmen wir mal ihn. Und teleportieren uns. Darf ich mich nochmal teleportieren? Ja, super. Ähm... Okay, ich komme immer wieder hier hin, wenn ich mich teleportiere. Ähm... Oh... Ich muss irgendwie nach unten. Holy shit, wie schnell er ist in dieser... Äh... Jetzt müsste man die Map kennen, dass ich wüsste... Da waren zwei... Oh man, da durch ihn dann. Okay... Hier... Ich weiß nicht, wo genau sie hin müssen. Ähm... Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wo muss ich hin? Dahinten muss ich irgendwo hin. Lass mich doch mal hier raus! Bin mir nicht sicher, ob ich... Schlagen kann... Während ich... Geblendet bin. Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne immer noch... Oh shit... Shit! Aber einen habe ich. Den müssen sie immerhin erstmal befreien jetzt. Sie können sich jetzt natürlich voll heilen. Ich habe gleich diesen fetten... Da weiß ich halt auch noch nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich in dieser Runde... Naja, ich kann es halt wirklich nicht sagen. Als ich einen gegrabt hatte, war ich getasert. Dementsprechend habe ich keine Ahnung... Wie... Also ob das funktioniert. Also... Was ich damit machen kann. Lauf da rein! Lauf da rein! Oh! 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 Wieso bist du so obsesend mit mir? Oh! Oh! Okay. Ich vermute, das muss man tun. Ja, mach was. Ich kann leider immer noch... Oh shit... Ich hätte ihn noch einmal hauen können. Aber... Dem Geräusch nach nimmt er auch irgendeiner Schaden nochmal. Schau an die Hörer! Ich glaube nicht, dass wir sich separieren sollten. Lass uns sie aus diesem Raum holen. Wo müssen sie hin? Hier müssen sie hin. Ich habe keine Ahnung, ob man nur eine bestimmte Anzahl an... Ich seh nix! Ich seh doch wieder nix! Okay, hey, ich hab das Ding hier. Sie haben mir gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Wir haben aber noch nicht einen Taser eingesetzt, aktuell. Wann darf ich wieder in meinen F gehen, frage ich mich. Erstmal hol ich mir die... Ich seh nix. Das ist der S-Holt. Komm schon! Hier bin ich! Hier bin ich! Nee, es hat nicht abgebrochen. Ich hab zwar nix gesehen, aber es hat nicht abgebrochen. Das ist immerhin etwas. Und solange das Ding da noch steht... Ich meine, sie können zwar befreien, aber... Aber es kostet sie alles Zeit. Ich liebe dich! Ich liebe dich! Leute. Wer befreit sich schneller, er oder ich? Okay. Wir haben uns relativ Zeit... Wir waren exakt Zeit... Da geh ich mal lieber nicht rein. Habe ich gehört. Habe ich gehört. Ah fuck, hier kann ich mich nicht sichtbar machen. Was? Sichtbar. Was? Sichtbar. Da ist jetzt ein Torkopf komplett dran. Ist ja... Ach nee. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Da... Da lang... Da lang... Da lang... Hallo! Na... Nicht wieder ein Foto machen! Ha! Ich habe mich weggedreht. Oh... Nein! 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 Sorry, Items! Nein! Man kann unendlich viele von den Dingern legen. Das ist halt krass. Oh, guck mal. Ähm... Ähm... Hier wollte ich nicht hin... Hallo! Spawnen! Ich brenne! Shit! Er hat nur noch so wenig Leben! Nein! Und bleib runter! Aber ich weiß... Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet, muss ich gestehen. Und sie haben tatsächlich noch keinen Taser benutzt. Das heißt, sie werden gleich... mir meinen eigenen Killer noch töten und dann... werden sie rauskommen, denke ich. Aber... Okay, so ist es auf jeden Fall fairer. Und wenn man... die Killer, denke ich, noch ein bisschen besser kennt und weiß, wie man sie spielen muss... Ähm... Denke ich hat man... hätte man so auf jeden Fall eine Chance. Ach, das wollte ich doch gar nicht... Wie mache ich das? Ah, das ist wie eine Art Charge. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden, okay. Oh, da unten ist Feuer. Da will ich nicht hin. Ach, da war eine... Ne, ist okay. Damit dürften sie eigentlich raus sein, aber... Jetzt habe ich zumindest mal welche gekillt davon. Das ist ja schon mal was. Ähm... Ja, ich habe jetzt sieb... 14 Sekunden, bis ich respawne. Ich denke, bis dahin sind sie an der Tür angekommen. Beziehungsweise ich werde da auch nicht mehr respawnen können, denke ich. Ich denke, ich werde da auch nicht mehr respawnen können, denke ich. Ich denke, ich werde da auch nicht mehr respawnen können, denke ich. Haben sie denn alle zusammen? Ja, ja, sie sind alle zusammen. Okay. Ähm... Wir gehen wieder auf ihn. Ähm... Fuck. Ja, okay. Da nicht hin. Da hin. Ähm... Hier kann man nicht lang. Hier. E. Climb. Ach, shit. Ähm... Hallo. Spawn. Ich darf doch hier spawnen. Ich darf doch hier spawnen. Ich tu... Hallo. Es wird mir angezeigt, dass ich gespawnen darf, aber ich darf's nicht. Aha, das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, jetzt haben sie den Taser, okay. Ist einer runtergefallen? Ja. Ist einer runtergefallen? Ja. Es ist einer runtergefallen. Finish! Ich bin mir nicht sicher, warum sie sich so verteilt hatten. Ähm... Ob sie tatsächlich jetzt einfach nochmal ihren Taser abwarten wollten. Oder ob sie... Also ob sie mich mit dem Taser trollen wollten. Ob sie mich jetzt tatsächlich nochmal irgendwen killen lassen wollten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm... Also mit nur einem Taser ist es auf jeden Fall machbarer, nenn... Sag ich einfach mal. Aber es ist eigentlich immer noch... Also... Eigentlich ist es immer noch unschaffbar. Also solange sie zusammenspielen... Sie waren halt zwischendurch einfach unglaublich verteilt. Dann hat man eine Chance dagegen. Aber sobald sie zusammenstehen... Alleine dadurch dann wirft man mal eine Brandbombe oder sonst was... Hat man eigentlich fast keine Chance. Aber... Ohne... Unendlich Taser auf jeden Fall irgendwo spielbar. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like da lassen. Ähm... Die Sicht der Spieler anschauen. Und ja... Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.